Liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie zu dieser heutigen Begegnung. Am Mikrofon sind wieder einmal Wolf Fuss und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und das ist einfach ein Spiel, das eine Menge verspricht. Das verspricht einiges. Also ich bin sicher, das wird ein Riesenspiel. Da gibt er Freistoß. Gute Möglichkeit. Freistoß jetzt vielleicht. Ist das die Chance?